Wir waren selber auf der Frankfurter Buchmesse kurz, haben uns ein bisschen umgeschaut. Zwei große Themen beherrschen die Frankfurter Buchmesse. Zum einen China und zum anderen E-Books. E-Books, ja, das ist das große Wort, das so herumgeistert. Ich selbst muss mich jetzt auch outen, ich weiß überhaupt nicht, was E-Books sind. Ich stelle mir sowas vor. Franz Kafka, der Prozessor. Oder, Moment, nein, es wird noch... Wird noch besser. Nee, es bleibt auf dem Niveau. Wolf Haas, der CD-Brenner und der liebe Gott. Oder? Na, was? Immer drei, dann klatschen. Das ist das Lustigste, finde ich. Erich Kästner, E-Mail und die Detektive. Sind das E-Books? Das sind E-Books. Genau das sind E-Books. Das sind E-Books, ne? Und das E-Tro. Das ist das E-Tro. E-Tro.